hey guten morgen leute ich habe heute ein video gemacht über die fahrzeugschein das ist ein motorrad lkw oder pkw fahrzeugschein wegen datenschutz ich habe diese papierrechte geklebt ich will nicht zeigen welches name und welche behörde drin wegen die corona virus und andere grippe und so die fahrzeugschein ist keine laminat sind nur so eine nacktpapiere die besser selbst eine laminat machen weil diese fahrzeugschein bleibt immer in eurer tasche oder eure auto wenn zum beispiel polizei controller und so geben so ab und nach dem kontroll wieder nehmen zurück und die bakterien virus kommt mit der fahrzeugschein wieder zurück weil die andere bankkarte ausweis und so dieser wie eine laminat richtige laminat karte denn die richtige laminat wie eine kunststoff oder plastik aber die fahrzeugschein nur einzige sache fahrzeugbrief und fahrzeugschein die nur echtpapiere dann besser was machen so eine papier nehmen so ich habe auch ich mache immer so mit dieser plastikköte wie eine laminat so die fahrzeugschein eintun so da ist einfach noch paar minuten so und dann klebe in die klebe kaputt ich mache so und dann noch ein stück und das ist eure fahrzeugschein sehr gut laminat bequem und so egal machen sie tasche rein oder auto lassen wie sie wollen und wenn sie gehen bei mechanik mechanik hat immer schmutzige hand schwarze hand mit schwarzen luft oder motor oder richtig dreckig schein egal handschuhe aber die macht seine eure dieser fahrzeugschein auch kaputt die geht schwarz wenn sie gibt zurück nach dem reparatur gleich hier eine für steht und oil die macht alles dieser datennummer und so weg dann kann man wieder nicht lesen und das ist sehr gut und die kostet gar nicht wenn sie hat eine plastiktüte kleine tütchen so machen das sieht schon aus und wenn sie geben bei polizei oder irgendwelche behörden oder adresseänderungen nehmen sie zurück und dann mit einer weichen tüche so eine tüche nehmen und so sauber machen oder wie eine kann man hier ein bisschen sprayen mit sanitizer das ist eine hygiene handgeld da ein bisschen machen hier und dann kann man eure 100 prozent sauber machen weil es ist eine tüte wie ein plastik sauber und das eure fahrzeugschein ist wieder sauber von mechanik von behörter polizei und so wenn sie geben wieder zurücknehmen vielleicht dieser man hat corona oder hat andere grippe normale grippe diese grippe bringt deine kopfschmerzen oder schnüffern husten wenn sie so machen und dann die kann man durch wegschmeißen in mühl so in mühl wegschmeißen und das bisschen so machen und dann geht so sauber aufbewahren in seine tasche oder in auto so lassen das ist sehr guter weg zum sicherheit von virus und so und die kostet gar nicht und jetzt zeige unsere leute in urdurchsprache weil die pakistanisch und bangladehschi und indian loitefischten und urdurchsprache info aufwärter dass hier ein paar kleine Tipps, die ich mir in die Welt bin. Das ist mir klar, dass alle die Menschen von uns ausfragen können. Das ist ein Far-Suk-Shine. Daugier ist mir ein Bild von Tartenshoerts, dass ich eine gewisse Zeit nicht verwerfen habe, kann man nicht ausfragen kann. Ihr könntestig ein Tüter, die es innen mit einem Far-Suk-Shine herunterladen. Das kann man einfach ausfragen. Das ist eine sehr viel Vorteile. es ist es 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 es